Musik 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 Das ist mir erstmal überall die Oberristen weg. Und die sind schwer rauszuholen. Fair one! Ich glaube ja. Musik Was ist das jetzt? 4.4. Oh nein! Der Metall kriegt nicht von uns. Jetzt können wir zaubern. Saccharia. Get on the point! Es geht jetzt wieder so eine... Bombe Wie bei Vee Music. Ich liebe diese Bomben. Ja. Jetzt sagen wir zuerst, wer blöd war. Die Entscheidung fällt immer so schwer. Ihr seid alle blöd! Wahrscheinlich raffen wir es gar nicht im Denken nur so, dass es so... Ihr seht es im Ansatz da. Ja. Ja, wahrscheinlich stehen aber andere Fragen. Wer hat denn... Da steht dann sowas wie, wer hat den Schalter da gedrückt? Wer hat dich am meisten gedrückt? Genau. Kannst du dich noch erinnern, wer... Was ist das denn jetzt? Ah, das sind Abzüge fürs Sterben. Oh! Oh! Das Geräusch ist geil! Oh! Oh! Yeah! Du bist sehr unbeliebt. Hey, ich komme nicht weg. Du musst... Du musst deine Minister... Deine Minister auswechseln. Grün. Oh! Oh! Wir haben aber schon mal mehr, oder? So 1000... Ja, jetzt geht es ja. Jetzt ist es los. Voll der Regen. Jetzt fuhre ich mal auf. Rainbow Boulevard. Can you make up? Der Regenbogen... Wunderbar. 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 Don't know the joke. Boah, Rippe ist uneinholbar. Boah! Du hast zweimal diese 300er abgeschritten, ne? Ja! Rippe later. Aber ich habe das alles sympathisch rübergebracht. Ja! Deswegen hatte ich keine schlechten Votes. Yes! Boah! Let me try! Da ohne rechts. Das ist schon ganz schön umfangreich. Also... Ich dachte das wäre... Wieviel waren das? Acht Prinzessinnen, ne? Acht Pixeln. Na ja. Normales... Es ist ein normales Zelda eigentlich, ne? Du hast die Luftpolsteraufschläger. Ja gut, ne? Wenn du die dann nochmal verschickst, dann kann man sie wirklich benutzen. Ja, aber... Wenn die dann noch auszufuchen... Aber ich habe sie 2x. R2. Ja, das ist cool. Du hast die. Was? Ich mach dir nicht... Ich mach dir nicht... Ich mach dir nicht so auf wie bei halb 10 in Deutschland mit dem Messer. Also ich habe jetzt trotzdem immer nur noch... Ich habe trotzdem nur 3 Herzen. Mit 4 Herzen. Ja, die verlieren dann wieder rein. Ja, die verlieren dann wieder rein. Ja, die verlieren dann wieder rein. Was ist das denn? Oder was? Ne? Oh, Entschuldige. Ah, Crap! Was heißt denn das, wenn du diese Sterne so mitflinken? Erstmal Underguard, oder? Boah! Das ist cool! Pusht! Oh, du Pusht! Ey, der Matt kommt ja zu der Bombe rein. Gibt's ja auch nicht. Jetzt hab ich's ja auch mal. Jetzt kann ich ja auch dran nett auf den Senkel gehen. Hey! Ja! Jawoll! Da ist schon fast so, wie er das über diese Datenverbindung hier auf den GWA mal eben bringt, ne? Ja, ne? Ohne Frage. Ohne Frage. Ohne Frage. Jetzt Streaming Gaming. Könnten sie... Noll! Ist jetzt voll gebracht. Wenn sie jetzt... Wenn sie ja nicht Schiss hätten, weil das Ding gefloppt ist, könnten sie es ja für den DS und die Wii eigentlich durchaus bringen. Ja. Weil da ist es kabellos und alles und... Wäre super cool. Wow! Warte mal auf, hier so umzukrebsen. Du Schleuder! Oh, hier gibt's Swingshots! Come on, Leute! Kann der rausschießen? Wie geil ist das? Kann ich auch reinschießen? Warte. Achtung. Ich schieß mal rein, Achtung. Ja mal! Es geht! Ey, liegt jetzt überall Bomben. Wir haben doch wieder schon fünf... Wir haben halt die Scheiß-Bombe eingesammelt. Und jetzt kommt die Bomben rausgeschmissen. Ja, irgendwie hat man... Irgendwie hat man... Irgendwie kommt aber aus dem GBA... Bombe rausgeschmissen. Oh, shit! Yeah! So geht das, Alter! Direct im Zora-Face! Du hast voll den Feuer ab, Alter! Du musst... Guck mal! Achtung! Da kommt jetzt einer... Daaa! Fass, du! Du hast ja die Mettkau rein! Bombe an den Kopf geworfen! Vier Sekunden! Du schaust! Du bist gleich tot! Denen macht doch viel mehr Spaß! Triffen wir nicht! Zumindest viele! Not allowed! Wir müssen einen zurücklassen! Ja! Wow, unser Haus! Aua! 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 Ihhh! Er ist fett! Menko guckt nur so nach unten. Ihhh! Ich bin da gar nicht drinnen! Warum lege ich eigentlich immer Bomben, wenn ich mit Leuten sprechen möchte? Oh mein Gott! Woah, wir stunned! Jetzt los! Die lässt das nicht vorbei, ihr alle! Hier will irgendwas! Und ist so der Typ? Ja, ich rede dran mit dir, aber ich kann's nicht lesen! Lol! So getriggert. Blöde Schroler! Ah ne, wir müssen da durch irgendwie. Bring mir eine Zuckerrohr durch. Die will Gude. Wahrscheinlich, ne? Ich weiß was, die will eins auf die Fresse. Mach mal weg. Ne. Was ist eigentlich hier? Hier ist doch irgendwas. Leg mal hier Bomben. Ich kann da mal Bomben. Ne, ne? So, jetzt müssen wir Japanisch können. Irgendwas. Wir haben auf jeden Fall eine neue Fertigkeit. Das heißt, wir müssen eben irgendeine einsetzen. Bla 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 bla. Piep 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 piep. Ich bin irgendwie tot. Klopf auf den Boden. Haha, man kann nicht. Was war das jetzt? Schau mal, wie viele Gruppies ich hab. Ne. Scheine. Wer ist denn jetzt raus? Hä? Warum zeigt er den eigentlich nicht mehr an? Weil da jemand davor steht. Ah, jetzt. Ach, wenn man da hinten davor... So. Nö, das ist ja geil. Volles Hut. Volles Hut Feature. Ja, aber vielleicht gibt's hier hinten ja irgendwas. Ja, lass mal nach links gehen wieder. Come on. Mattis. Jetzt sieht man das auch mal, wie das in Papp aus. Ja, wie das in Papp aus sieht. Der Papp ist so hässlich. Ja, ne? Sag ich ja. Probier mal mit der. Machst du mal an. Was ist vorher was du machst? Mattis macht Cheaten. Aber dieser physische Effekt kommt jetzt hier nicht, ne? Oh scheiße, wir sind bei den unteren Cookies angekommen. Ihr habt bestimmt Hunger. Cookies. Ich wollte da eine Zuckerrübe geben, aber die wollte ich nicht. Was sind die Zuckerrüben denn hier im Sand? Das sind keine Zuckerrüben, das sind Kokosnuss. Geil. Du konntest mit dieser Nuss auch schlagen. Wenn du die mit R nimmst, kannst du mit B schlagen. Ja? Dann wirf den hier nicht. Komm mal ganz nach unten. Vielleicht können wir nach unten gehen. Hm. Wir hast nur getaucht. B. Ah, cool. Hm. Vielleicht ist hier irgendwo ein Loch. Hier war doch auch was. Da waren doch Bomben drin. Komm mal mit. Ja, da waren zwei Schleudern drin. Ja, ne, da waren zwei Bomben vielleicht. Ja, ne, die Bomben haben wir getauscht da. Gegen die Schleudern. Hat derzeit nie eine Bomben haben wir noch. Hm. Ist ja lustig. Nur wenn ich im Dungeon bin, äh, liegt es von mir. Das du du du. Weil ich nur noch ein Herz hab. Ja. Was soll ich vor kurzem sagen? Weil der Untergrund bähnt. Ja, ist nix. Mett ist es nicht da. Warum bähnt der Untergrund? Wir machen es SP. Warum der SP. Werbung. Wir sind GBA. Wir sind so entwohrens. Guck da, die Dinger. Nimm die raus, dann kannst du mit B schlagen. So scheiße. Wow. Was zur Hölle. Ich bin in den Instanzen geschleudert worden. Ich bleib drinnen. Da passiert mir nix. Boah. Was für Effekte. Das ist geil. Mozer, ey. Ach du Scheiße. Ich geier die, die Dinger ab. Ja. Okay, Tingle. Was willst du uns sagen? Ja. Ja. Es ist auch ne Lust mit den ganzen Schlagen. Was sollte denn jetzt diese Megabombe bitte? Wollen kommt man den ran? Aber er hätte irgendwas hier ausgelöst, ne? Nein. Was ist denn da unten? Wie meinst du, wir können jetzt unten mit der Frau weiter, weil wir diese Megabombe gefunden haben, oder was? Ja. Überhaupt, ich jetzt mal antworten. Naja, das zählt ja. Bei mir nix besser, mein Fans. Es ist alles getriggert. Nicht fragen. Einfach triggern. Früher Doom 3. Voll angekündigt, ey. Voll angekündigt, ey. So, mich lässt die jetzt vorbei bestimmen. Jetzt mal eine Lüßübe. Ah, machen wir noch hier lang. Ey, was? Boah. Hast du es gefunden? Ja. War ein Riss in der Wand, ne? Ja. Nein, da war Gras unter dem Berg. Super. Hat es gebracht. Das war doch nicht die Lösung, oder? Ja, den wir einkopfen. Vielleicht ist es auch noch eine Höhe. Ja, ne? Was will die Frau von dir? Da oben! Zieh man, zieh nicht auch noch einen Fluss in der Wand? Probier ich. Glaube ich nicht. Hab ich wirklich richtig gesteckt? Doch! Was habe ich schon gesagt? Ja. Ach. Hallo? Müssen wir zu 8 spielen. Vielleicht erst alle auf eine Seite. Hey! Stopp! Bomben links, Bomben rechts. Danke, dass du mich mitnimmst. Muss ich absetzen. Zeig mal. Irgendwie... Ah, ne. Rechts war nichts mehr. Irgendwie nicht. Ich glaube aber, du musst da bleiben. Jetzt ist irgendwas passiert. Nee. Bleib mal da! Ah! Ah! Ich bin ein Schrullegg! Bombe! Das kackst du noch! Fertigum! Zum Glück ist alles auf Video wie Hansi du spielst. Jetzt haben wir dich als Toten heruntergeworfen. Man kann doch bestimmt dieses Querding auch noch wegsprengen. Ja! Blöde Schruller! Du kommst jetzt voll in den Kulturschock, wenn wir da reingehen. Dann brauche ich mal ein Leben. Hier, mach mal dieses dicke Ding weg. Da ist bestimmt was. Andere Seite. Nee, musst du eigentlich nicht strengen, oder? Ah, ne. Ah, dammit! Was hat die Truller gesagt? Ja, awesome! Kommst du nicht rein! Kommst du nicht raus! Polieren! Fertigum! 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 Das ist echt! Hallo! Hallo! Was halten die bitte aus? Ich glaube ich kann mal nicht töten! Und eine Bomben schon! Und eine Bomben! Yes! Muss die mal explodieren! Weg, mein Kau! Ja, die musst du Bomben direkt in den Rüssel werfen, ne? Ja! Es geht sehr! Mann, ich bin nur um Sterb, bro! Help, help! Ich krieg doch meine Diamanten! Das sind Rubis! Hey! Met Kau! Hallo, was halten die aus? Du hast einen Drecksack! Schmeiß den in die Bombe rein! Das kann nicht funktionieren! Nein! Du hast den Weg! Oh, I'm dead is shit! Jetzt schmeiß ich ins Wasser! Das trifft mir doch nicht rein! Warte mal! Ach, warte, ich weiß! Warte mal! So, jetzt! Ich kann nicht stun! Auf! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ich wurde ja nicht umgebracht! Du kannst ja ganz wenig einfach alle umbringen und die Rubine klauen! Ja, ja! Ich bin voll im Macker weggebrochen! Oh, guck mal! Oh, guck mal! Oh, schau einmal! Wie groß wurde der dort? Ja, ja! Ja, ja! Ich bin voll im Macker weggebrochen! Oh, schau einmal! Wie groß wurde der dort? Nein! Asshole! Die Bomben sind für dich! Oh shit! Wenn ihr jetzt rauskommt, kriegt sie! Die Bombe hingeschmissen! Vor die Tür! Juhu! What a beach party! What a tour! Komm erst mal hier drauf! Super mad cow! Super mad cow! Super mad cow! Wo seid ihr? Kommt ihr wieder her? Du meinst erstmal Schwimmkurs DS? Yes! Vorsicht mit der Fisch! Ah! Der ist aus Mario lernen! Voll der Mario Fisch! Schüpp da jetzt auch rein! Mario Fische! Ja! Du hast es gepackt? Wie hießen die doch? Hit Cheese! Ich bin tot! Cheep Cheep Cheep! Ich bin tot unter Wasser! Boah hier ist ein Tingeln!